Musik 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 Hallo und herzlich willkommen in einer anderen Folge von GOFIT! Und es fängt wieder an! Wir sind gerade schwer beschäftigt mit Sascha einladen. Schwerstarbeit. Da hat es einen Typ gehabt, der als General Gander ist. Kollision an! 5 Minuten! Mal schauen, was du vergessen hast. Kann ich vergessen? Echt? Nein, aber... Und wieder mitspringen? Mitspringen, ja. Seid ihr bereit? Ah, ich sehe es, ja. Ah, ja, ja, natürlich sind wir bereit. No Reset Penalty! Das wäre cool. No was? Was heißt das? Das heißt keine Punkteverlust bei Reset machen. Noch was? So, warte! 500 Euro! Ja, genau! Oh mein Gott! Hä? Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Habe ich dich reingeschöpfen? Nein, ich wollte dich reingeschöpfen, es hat nicht funktioniert! Naja, alle drei. Oh, was zum Teufel? Das ist die Ben & Ed Map! Ja, das ist wirklich das. Hab ich ja auch gerade dran gedacht. Oh, jetzt aber. Hilfe, ein Geist! Geist! Was zum Teufel? Oder wenn ein Atheist sagen würde, Hilfe, ein Geistlicher! Mann, ich hab mich abgesetzt. Oh nein, wann kommst du wieder auf Sendung? Ich seh nichts, ey! Was? Ich hab doch ins Loch gezählt. Wo ist das Loch eigentlich? Ja, danke dir, ne! Ich bin voll glücklich gekommen! Bitte bleib stehen, bitte bleib stehen! Nein, 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 nein! Oh, danke! Hallo! Hallo? Bin ich? Oh, danke! Ich wusste nicht, wo ich bin! Ich wusste nicht, wo ich bin! In der Schweiz! Ja, aber wenn du drauf kommst! Ja, gut! Du hast zu früh gesprungen! Du schlägst zu fest! Dann halt so! Dann halt so! Nino! Nino! Böses Kreuz! Braves Kreuz! Ey, drei hab ich's geschafft! Wow! Ey, sag mal auch! Mhm! Da ist ja immer 17, 21 gestorben! Oh, ihr Arme! Was macht ihr denn jetzt? Oh, ja! Was war jetzt die erste Aussage? Oh, ne! Was? Nein! Danke! Bitte! War nicht so geplant, aber ja! Oh, dankeschön! Oh, Mann! Die gibt's nur nie, 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 nie! Mama! Sind die Macht rein? Was? Wieso war denn dein Ding im Weg? Ich sage, das ist die Ben und AdMap! Oh, mein Gott! Ja! Ja! Nein! 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 So, ich komm kuscheln! Ja, komm, du mal kuscheln! Oh, schau! Oh, was ist denn da? Oh, schau! Oh, was ist denn da? So, ja! Jetzt... Puh! Arm drin! Wow, drei Strokes! Drei Schlägen! Und da, was ist denn da? ... ... ... ... Hilfe, es dreht sich, mir wird schwindelig. Oh, also. Ich hab's jetzt noch reingeschafft, das war's Falsche. Ja, komm, komm, komm. Wieso komm ich nicht runter? Ich geh mal höher! Ich seh nichts, ich seh nichts. Ich seh nur so, wie sie sich dreht, oh Gott, mir wird schwindelig. Oh mein Gott. Ja, ja, komm, 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 geh rein, ja! Irgendwie hab ich's geschafft. Stefan hat's in 1 geschafft. Ja, frag mich nicht, wie. Wie? Nintendo. Wir haben 1, 2, 3. Alles ist vorbei! Nein, ich geh hier noch weiter, hoppa, hoppa, rein! Komm, 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 ja, 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 ja! 2. Auch 2. Stefan? Ich hab grad Probleme mit dem Schläger hier. Ja, seh ich, 30 Kilometer drüber, Haus. So, jetzt aber. Stefan, André schläft leider schon. Was? Wieso? André schläft leider schon. Wenn du Probleme mit dem Schläger hast. Ach so, das ist... Geht's? Oh, Loch, ey, ey, der ist eine Spinne. Ich mach sie weg. Hast du das auf deinem Bildschirm aufgespuckt? Alles gleich, okay. Ha, ha. Au! Das war klar. Sascha mag mich nicht mehr. Das war ich nicht. Doch. Nein, das war der Stefan, der hat zum Zweiten gekickt. Hm, niep? Niep? Nein, was war denn das, bitteschön? Hast du, meine Damen und Herren, bei den Golffans an der freien Wildbahn? Oh, Golffans an der freien Wildbahn. Au. Hi. Kann ich wieder ein paar folgenden Golffans hochladen? Juuu. Juuu. Yay! Yes. Hä? ich weiß ja nicht warum du da jetzt zurückgekommen bist hallo wo ist denn das loch oder wie kommt man zum loch hin eigentlich ich komme wieder zum sascha zurück dahinter ich dachte ich muss da hoch ich muss an den pimmeln vorbei oh das ist das mit den kesseln wie das mit den kesseln oder die richtigen richtigen kessler wischen muss mal schauen ist es der letzte nein ist es nicht meine damen herren was verbirgt sich hinter kessel nummer zwei hallo ich bin wieder zurück war die werfe unterbrechungen was in der letzten aufnahmen ich habe mein gar kein kessel reinkommen ich will doch nur in den kessel rein kessel rein kessel rein auch ich habe es gerade nicht gespürt und da in den kessel rein? ah auch nicht? ok kessel 1 was? herr ist das schon kessel 1 was? kessel 1 wov? was? wov? ich auch nicht Oh, ich bin schon draus. Nein, ich bin wieder ganz so... Hm. Okay. Okay. Ja, und dann ist wahrscheinlich dein Ding Kassel. Oh, schade. Ja. Na dann ein Dreckschiff! Jaaa! Cool! Ich trau diesen Beilen nicht! Hä, wo bist du überhaupt? Achso, das war schon das letzte Lock! Schau! Nein? He... okay man so fest tue ich ja gar nicht das letzte loch er hat mich verholt verdammt nein ach das ist dein spruch seiner sache ich hab so den wurmen gesagt es kommt daran wenn du gut landest kannst du mitspringen dann ist es gut tschüss und tschüss das war jetzt mehr als weit hinaus tschüss nein es ist ihr dass du nicht springen willst ja genau so so sie kommt uns mit einem stück näher mit einem stückchen näher wuff hoppala bitteschön gern geschehen ach der scheiße nein ja nein 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 stefan ins loch rein du schießt auch so fest wenn ich lockerer schießt dann passiert das schießt auch schießt auch schießt auch sprich doch spring doch schießt auch schießt auch schießt auch schießt auch schießt auch Ich dachte du warst schon drin. Sorry. Ich warte, dass ich den Zweier krieg. Ah. Ich dachte du warst schon drin. Sieht nur so wie Stefan an mir vorbeifliegt. Ja, morgen gibt's Regen. Ja, ich hoffe, dass morgen Regen gibt. Hey, warum? Ja, so halt. Ich würde Franz noch mehr Wasser brauchen. Achso, ja. Niemand hat mich reingeschubt. Doch, ich schon. Nee. Doch, auf dem Bildschirm hab ich angetippt. Wenn du dich danach aber nicht bewegst, dann bist du selber schuld. 18 Lock? Oh Gott. Doch, das war viel zu stark. Ja. Zu locker. Zu stößig. Zu out. Ja, bisschen fester. So? Nein, nicht so fest. So. Zurufe. Gleich. Darf ich? Nein! Ah. Nein! Nein! Geht doch! Respekt! Kesseln! Oh man! Oh man! Sehr gerne! Ich habe wieder gewonnen! Ich mag dieses Spiel! Ich gehe jetzt schlafen! Gute Nacht! Gute Nacht zusammen! Du spielst jetzt noch Rocket League? Echt? Nö! Ich habe mit mir gestanden! Okay, viel Spaß noch! Tschüss! 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 Eigentlich nicht! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschüss! 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 gh